Was geht ab Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von WWE 2K24. Ich habe Off-Cam richtig Gas gegeben. Wir stehen jetzt hier nur noch vor Troy. Ich habe die ganzen Challenge-Matches und die ganzen Sideline-Quests ohne euch absolviert. Und ehrlicherweise, Gott sei Dank, weil das waren, glaube ich, overall irgendwie sechs Matches oder sowas. Und das hätte sich einfach sehr in die Länge gezogen. Also ich möchte mich hier wirklich hauptsächlich auf die Main-Story fokussieren. Wenn mal irgendwie eine Sideline-Story mit dabei sein sollte, wo ich sage, okay, die ist es vielleicht wert, dass ich die euch zeige. Dann tue ich das jetzt in dem Fall, ja, fand ich es ehrlich gesagt, ziemlich überschaubar und habe es einfach ohne euch gemacht. Bevor wir jetzt mit Troy sprechen, möchte ich mit euch einmal in das Optionsmenü gehen und in die Upgrades. Denn ich habe hier jeweils nur fünf Punkte verteilt, in der Aufgabe auch noch gar nicht. Also dementsprechend habe ich da auch keine Chance. Also vielleicht schon, aber jetzt nicht auf einer höheren Schwierigkeit. Verteidigung, Widerstand ist sehr, sehr hoch. Ich haue mal ein paar Punkte ins Greifen, weil ich greife sehr, sehr viel. Ehrlicherweise, Aufgabe, möchte ich eigentlich schon mal irgendwie auch mit integrieren. Auf der anderen Seite schlagen, greifen. Das sind so diese ganzen Dinge, die ich halt wirklich auch sehr viel mache. Und vielleicht kann ich da einfach mal ein paar Punkte investieren. Ich habe da nur noch verfügbare Punkte. Acht, so ist es doch eigentlich ganz okay. Oder würde ich sagen, was muss ich denn drücken? Start? Ja, ausgeben und damit sind wir ein 90er Overall. Ja, da muss ich eben auch wieder sofort im 2K, NBA 2K denken. Und dann machen wir weiter. Ach so, warte noch ganz kurz. Ich muss wieder auf schwer stellen, weil ich habe die ganzen Side-Matches, habe ich auf normal gezockt. Genau, damit wir da wieder auf dem richtigen Schwierigkeitsgrad sind. Und dann geht es weiter mit Troy. Good News. Miz is finally ready to have that face-to-face you've been begging for ever since you got back from NXT. It's about time. Should I go to his office? Oh, no. He wants to see you in the ring after your next match. Okay. What does Miz have planned this time? It's nothing to be worried about. Just go take care of business in your match. And then you'll get your face time with the boss. Ich mache es. Das klingt wie eine Falle. This sounds like a total setup. So, as you put it, I'm gonna get back to sports entertaining and hold off on walking into yet another Miz ambush. It's that type of attitude that prevents you from making the leap to that Roman Reigns-type level. But suit yourself. Did you reconsider Mrs. Offer about meeting him in the ring after a match? I promise, you won't regret it. Okay, also ich komme nicht drum herum. Ich werde mich mit Miz treffen. Let's go. It doesn't seem like I have much of a choice at this point. Tell Miz, I'll see him out there. This is going to be something the WWE Universe will never forget. I'm sure. So, der Multiversal Infinite Champion. Maximale Upgrade Punkte 22. Dann eine neue Arena. Dann die Championship, der Gürtel. Und noch Multiversal Infinite Championship Pappe. Ja, okay. Nehmen wir an, du bist dabei, ein Story Portal zu betreten. Willst du wirklich fortfahren? Ja, wollen wir. Die Dangerous Santos Escobar. From Lucha Royalty to the Emperor of Lucha Libre. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, representing the LWO from Mexico City, Mexico. Weighing in at 200 pounds, Santos Escobar. It just goes to show you, you can't judge a book by its cover, and you can't judge a wrestler by where they start their career. Match after match, the Dark Horse is turning doubters into believers. The doubters are probably the very thing that fueled him. He really should be thanking those of us who didn't have his back. Reingeht es gegen Santos Escobar. Siege durch einen Pin oder durch Aufgabe. Ja, wir versuchen das natürlich relativ schnell hinzubekommen, weil ich will einfach nur wissen, was Miss schon wieder für eine Schiff vorhat. Ja, der hat ein geiles Outfit. So mit diesem Gold. Latino New Order. Ja, das hättest du wohl gerne, mein Freund. Da muss ich dich aber mal ganz kurz auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich hab übrigens eine Sache gelernt in eurer Abwesenheit. Mal schauen, ob ich es noch hinkriege. Ja, genau. Krieg's noch hin. So, jetzt ab mit dir in die Ecke. Oh yeah. I like it. Also ich möchte hier auch echt nochmal betonen, ich bin wirklich kein WWE-Profi. Da gibt es ganz andere Kanäle, auch im deutschsprachigen Raum. Bitte, ich bin euch da überhaupt nicht böse, wenn ihr da sagt, ey Max, ich kann mir das nicht anschauen. Bei dir ist irgendwie zu wenig Variation mit dabei. Ich versuche variantenreich zu kämpfen, aber ich hab sicherlich nicht alles drauf, was irgendwie ein Bro drauf hat. Wobei ich sagen muss, es ist eigentlich okay, so, vom Style her. War da ganz kurz ein Konter? Ich hab's... Alter, das ist ein... Aufgardegriff. Aber jetzt mal ganz ruhig hier. Oh, der war der Signature. Und den nehm ich natürlich mit. Jupp. Einmal umdrehen bitte. Oh. Ah, der schmeckt doch schon wieder. Komm. Hoch mit dir. Finisher. Pin. Und dann selbst auf der Schwierigkeit können wir dann relativ schnell weitermachen. Ref. Also, ja, steh ruhig, bitte noch ein paar Sekunden rum. 1, 2, 3, 2, 1. Der W-W-W Universal Champion with another victory in his impressive reign. He's been on an absolute tear since he was stripped of the NXT Championship. It certainly seems to have given him some extra motivation. Hold up, hold up. Well, here's the source of that extra motivation, The Miz. I know you've been dying to have it out with me face to face since your little trip down to NXT. But I've been working on something that makes it so I don't ever need to talk to you again. Something that makes you irrelevant. And not just to me, but the entire WWE Universe. Because let's get one thing straight. I wasn't gonna sit back and let you jump ship and steal my WWE Universal Championship again. No. I'm taking control of my brand's most important asset by creating a new one. So as we head down the road to WrestleMania, it's my pleasure to announce that SmackDown will send a champion to the showcase of the immortals. Who we can be proud of, not a universal champion forever in the shadow of Roman Reigns. But instead, someone whose star shines brighter than the universe itself. So allow me to introduce the first ever, multiversal, infinite champion, Logan Paul! You've got to be kidding me. Can Miz really do this? He can until someone with a bigger paycheck stops him. Finally, we have the must-see champion I've always wanted. Stop right there. You better not come any closer. Because if you lay a hand on my real champion, you will face severe consequences. Besides, I don't need my new champion fighting someone who's meaningless. Now let's go to break with no shots of the irrelevant champion. I still can't believe Miz did this. The road to WrestleMania just took a very unexpected detour. Wow, Logan Paul. Der Gürtel sieht aber sehr, sehr geil aus. Darf ich jetzt meinen Gürtel behalten? Und es gibt einfach einen neuen und er will mich da irgendwie so rausdrücken. Ich bin so gehypt, dass die Ära des Multiversal Infinite Champions bei Smackdown beginnt. Das wird brandheißchampft bis seit letzter Woche weltweit voll im Trend. Logisch, Miz. Und nur damit das klar ist. Ich hätte keinen Schutz nötig gehabt. Wenn sich Max getraut hätte, die Rampe runterzukommen, hätte ich ihn noch tiefer in die Irrelevanz geprügelt. Ich weiß, Logan Paul war kein Grund, dir die Hände schmutzig zu machen. Jaja, genau. Wollen wir gleich in den Ringen? Soll ich ihn gleich verprügeln? Oder erst später? Oder wie sieht's aus? Wo ist Miz? Wir müssen uns über seine Erinnerung über seine Erinnerung über seine Erinnerung. Entschuldigung. Miz ist an der Presse Junkett mit seiner neuen Multiversal Infinite Champion. So viele Outlets wollen mit Logan sprechen. Wollen Sie wissen, er hat über 80 Millionen Followern über seine verschiedenen Social Media Plattformen? Wie viele hast du? Ich weiß nicht, aber ich habe viel mehr Wrestling Wins als Logan Paul. Er ist ein Part-Timer, der noch weniger ist als Roman. Und mehr wichtig ist, ich habe meine Champion-Timer gewonnen. Hab gehört, was letzte Woche passiert ist. Kaum zu glauben, dass Max den Titel genommen hat, den ich zum begehrtesten der Sport-Entertainment-Welt gemacht habe und das alles so schnell kaputt gemacht hat. Echt peinlich. Und wir gehen direkt rein in das Match und ja, gut, Prügel. Oh, Windel, war ich gleich. Ja, Freunde, da bin ich natürlich gerne mit. Okay, ich wollte gerade sagen, da bin ich gerne da. Oh, ausgewichen. Was ist los, mein Freund? Versucht hier mit seinen Flammen auf der Hose auch einen auf Max zu machen, so ein bisschen. Ich denke mal, wenn wir das erreicht haben, dann gibt es bestimmt irgendeine Sequenz. Deswegen versuche ich jetzt einfach so schnell wie möglich, da oben den Balken voll zu bekommen. Jo, erledigt. Ja, wir ready machen für den Konter. Ja, das hast du dir so gedacht, man, Alter. Die ganze Zeit immer mit eurem... Ich lenke dich ab, scheiß. Steh auf, man. Jetzt wird es echt Zeit, denen mal ein bisschen Manieren beizubringen. Bam! Powerslam vom Allerfeinsten. Time to fly. Ja, so diese mittelmäßigen Gegner, die kriegst du auch auf Schwer echt ganz gut besiegt. Aber wenn es dann wirklich so gegen die Stärkeren, gegen die Champs geht, das ist dann schon echt knackig. Für mich zumindest. Hoch mit dir. Runter mit dir. Rein in den Ringen. Einmal kurz ein bisschen feiern. Und da ist er ja schon wieder. Oh, ja. Der tut gut. Ja, pinnen kann ich ihn noch nicht. Aber jetzt dann gleich. Rage ist aktiviert. Runter mit dir. Finisher. Ich hatte doch gerade meinen Finisher. Ja, okay, dann drücke ich ihm halt mal so ein bisschen die Kehle ab. Natürlich kontert er mich. Alter, von was träumt er bitte nachts? So. Oh nein, ich hatte sogar den... Ah, ich hätte sogar seinen Move klauen können. Kann ich sogar immer noch. Dann wollen wir doch mal schauen. Okay, ich habe zwar eigentlich Move deep... Egal, es ist vorbei. Bin mir jetzt nicht sicher. Außer er wartet vielleicht noch ein bisschen länger mit dem Pin. Gut, das war nur Formsache. Habt ihr gehört, wie die Menge getobt hat, als sie dachten, dass der... Halt einfach deinen Maul, wirklich. Leider schaffe ich es heute wegen verschiedener Publicity-Verpflichtungen nicht zur Show. Aber eure Leidenschaft und Energie gebt mir Kraft für das nächste Mal. Wenn du dachtest, dass das eine elektrisierte Reaktion der Menge war, warte erst, wie das WWE-Universum explodiert, wenn du die Multiversal-Infinite-Championship bei WrestleMania verteidigst. Ja. So, was möchte Finn? Hey, I just want to say, I know how it feels to make it to the top as the Universal Champion, and then suddenly have the rug pulled out from under you. Yeah. It's less than ideal. At least you're still champ, though. I got hurt and had to give up the Universal title after only 24 hours. Dan never got a chance to get it back when I returned. That actually gives me an idea. Especially with Miz out of the picture tonight. What are you thinking? If Miz wants to relegate me to the opening match, maybe we go out there and show them we are main event players. So we basically hijacked the main event slot tonight? Yep. I get to prove my value around here. And you get the Universal Championship match you never got. Win-win. I love it. I'm in. Dann geht es wohl das nächste Mal gegen Finn. Aber das war es jetzt erstmal. Logan Paul. Ja. Willkommen. In unserem Let's Play. Wir werden sicherlich auf ihn treffen. Wir werden ein Match gegen ihn bekommen. Ob das dann erst bei WrestleMania ist. Wie dann Roman Reigns und so weiter da vielleicht auch noch mit dazu kommt. Also, so ein bisschen vorhersehbar ist alles schon. Aber wo das dann endet, das irgendwo nicht. Und das ist irgendwie auch ganz nice gemacht. Genau. Das nächste Mal geht es dann weiter. Das war es wieder mit einer weiteren Folge. Logan Paul. Ja. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was haltet ihr eigentlich von Logan Paul? Würde mich mal wirklich interessieren. Ansonsten war es das für heute. Danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.